Moin Leute und willkommen zu unserem neuen Fashion Video. Heute zeigst du wieder richtig tolle Outfits. Bevor es losgeht, es steht Black Friday vor der Tür. Die Preise fallen, die Auswahl wird größer, neue Produkte werden gelauncht und ihr könnt natürlich ordentlich sparen und so ist es auch diesmal mit... About You. Mit dir und About You. Ja. Genau. Ab jetzt, wenn ihr das Video seht, für 48 Stunden könnt ihr mit dem Code... 5ROMINA. 5ROMINA. Ich blende euch das unten nochmal ein. 5% on top zu dem super Sale bei About You sparen. Gönnt euch das auf jeden Fall. Jeder, der es danach guckt, kann sich gerne die Outfits als Inspiration gönnen, denn es sind richtig tolle Outfits dabei. Ja, drei Stück insgesamt. Drei Stück an der Zahl. Sehr, sehr nice. Das erste hast du schon an? Natürlich. Das erste hast du schon an. Ich darf natürlich wieder ein bisschen bewerten, ein bisschen mit sabbeln, oder? Sehr gut. Aber sag doch mal, was hast du Schönes an. Ich habe eine Lederhose an von, soll ich die Marken auch alle sagen, ja, ne? Ja, na klar. Von Only. Dazu dann solche hohen Boots von Guess und diese Jacke, die hat hinten noch die Schrift drauf, von Bench. Bench. All Black. Bei Bench verbinde ich immer so ein bisschen Snow, so ein bisschen Jacken. Das war ein Bench. Das ist Riesjacken. Kennst du die noch mit diesem dicken Hals? Also, gar nicht mehr geil, aber ich verbinde das so mit so einem dicken Jacken-Bench. Ja. Was sagst du? Ich frage erst mal, was ist dein Lieblingsteil? Hiervon? Ja. Wir haben drei Outfits zur Auswahl. Es kommen gleich noch zwei. Kannst du nicht entscheiden. Kannst du nicht entscheiden. Bist du zufrieden mit deinem Outfit? Ja, total. Ich liebe es. Ich finde, es sieht auch richtig nice aus. All Black Look. Ja. Aber auch nicht das gleiche schwarz. Von daher auch nochmal ein paar Akzente. Die Lederhose ist natürlich ein bisschen mehr matt. Ja. Ist auch ein bisschen heller zu den anderen beiden Pieces. Ich bin persönlich sehr schwierig bei Schuhen. Zeig mal von der Seite ein bisschen. Die finde ich aber richtig nice. Der Absatz hinten ist nicht zu klein. Die Schuhe sind schön auch nochmal ein bisschen plateau. Die sind auch relativ bequem. Bequem. Sehr wichtig für Frauen. Für uns Männer uninteressant. Die soll gut aussehen. Oh, das habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Die Jacke von Bench sieht sehr bequem aus. Ja. Die ist auch richtig warm. Die ist auch noch gefüttert von innen. Also richtig flauschig. Cool. Und was natürlich irgendwie total im Trend ist. Hier dieser Kornelzug. Oder auf jeden Fall dieses Engere am Bauch. So ein bisschen gecroppt. Ist ja nicht bauchfrei. Aber so leicht. Leicht. Richtig cool. Was sagst du zur Lederhose? Da bist du ja der absolute Experte im Social Media. Mrs. Leder. Was sagst du? Ich habe die tatsächlich schon mal vor zwei Jahren gehabt. Ich glaube drei oder vier Mal sogar. Weil ich die so gut fand, habe ich die so oft gekauft. Du kennst mich ja immer. Wenn ich was gut finde, kaufe ich das öfter. Und ja, ich liebe sie. Die ist richtig bequem. Aber es ist natürlich nicht die von vor zwei Jahren. Es ist eine neue. Ja, aber es ist genau die gleiche. Ja, echt? Gab es die schon ewig im Sortiment? Weil die, glaube ich, auch echt gut läuft. Warum kaufst du sie jetzt nochmal? Weil... Weil du einen Code 5 Romina hast. Ja. Deswegen. Ihr solltet das auch tun. Kauft die mindestens fünfmal. Und ich denke, das ist ein erfolgreiches erstes Outfit. Wir werden natürlich gucken am Ende, welches Outfit am geilsten ist. Am schönsten ist. Am bequemsten ist. Ich darf so bleiben. Ich habe mir Kaffee dahin gestellt. Und du ziehst dich um, ja? Hopp. So. Wieder da. Sehr schön. Zweites Outfit. Was hast du Schickes an? Ich habe die Hose angelassen von eben, weil die ganz gut dazu passt. Und dann habe ich Overneys angezogen in Wildleder. Die mag ich richtig gerne. Die sind von der Eigenmarke von About You. Und die Jacke dazu ist auch von der Eigenmarke. Also auch richtig cool. Wieder so ein bisschen Crop geschnitten wie die andere eben. Ja. Und die Hose hat hier kein Bändchen drin. Ja. Aber es ist trotzdem ein bisschen enger, ja. Ja. Bequem? Sehr bequem. Schuhe bequem? Ja. Ultra bequem. Also wirklich richtig gut. Und Hose auch, sonst hättest du sie nicht angelassen. Ja. Na, da passen die B-Schöne nicht so ganz zusammen. Aber ich würde es wahrscheinlich anders kombinieren. Aber trotzdem beide Teile. Sehr, sehr schön. Natürlich wollen wir hier nur About You Details zeigen. Pieces, ne? Ist aber auch hier so die Details. Sehr cool, edel, ne? Also auch der Reißverschluss sieht echt ganz cool aus. Ja. Ist hier wirklich auch Oversize geschnitten. Sieht man in den Ärmeln. Ist aber flauschig. Ja. Hat auch so ein Vlies von in der Mitte. Oh, Vlies. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Richtig schön. Geil. Okay, die halten hier oben auch. Die zeigt nochmal ein bisschen drinnen. Okay, cool. Fühlst du dich gut? Ja. Was sagst du? Ja, ähm, sieht sehr bequem aus. Also wirklich flauschig, sehr cool. Ist auch natürlich interessant, dass das About You Eigenmarken sind. Ich glaube, Svalina X Linos ist das, Anja. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nochmal so ein bisschen mit reingeguckt. Von daher kriegt ihr auch nur bei About You mit. Fünf Romina. In den nächsten. 48 Stunden. Genau. Ähm, also gönnt euch das auf jeden Fall. Ähm, ich finde die Schuhe auch von der Farbe richtig nice. Ja. Muss gerade mal so ein bisschen von der Seite gucken. Ja, finde ich wirklich schön. Also ich, ich kann nicht immer nur schön sagen, weil ich bin da echt kompliziert. Ich sage oft, nö, wenn sie mich fragt, nö, nö, nö. Übrigens, interessantes Thema bei Männern und Frauen, auch wenn ihr euch, wenn euch bei dem Partner mal etwas nicht gefällt, muss man das nicht unbedingt gleich zurückschicken. Ich finde auch, man kann mal gerne Sachen tragen, die einem dem Partner auch nicht unbedingt gefallen. Hauptsache, man fühlt sich selber wohl. Ja. Natürlich ist es immer schön, ne? Man zieht sich an und der Partner sagt, oh, siehst du gut aus, ne? Ist natürlich auch irgendwie mal ein schönes Gefühl. Und man zieht sich auch manchmal ein bisschen für den Partner mit an, ne? Aber, ja, kann ich alles unterschreiben. Sehr gut. Obwohl ich vielleicht die Benchjacke ein bisschen besser finde. Hier, Taschen. Das sind sogar richtige Taschen. Super. Wir haben noch ein drittes Outfit. Ja. Du. Fällst du die Hose an? Nein. Oh, ich wechsle endlich ihre Hose. Nein. Bis gleich. Drittes Outfit. Yes. Ich habe meine Hausschuhe angelassen, weil ich dazu jetzt keine passenden Schuhe hatte von About You. Völlig okay. Ja. Erzähl, was hast du schläges an? Ich bin fast ganz in Only. Die Hose ist von Only. Der Trenchcoat ist auch von Only. Und dieses Crop Top ist von Edited. Okay. Aber alles bei About You gefunden. Alles bei About You. Und die Schuhe? Die Hose, weiß ich nicht. Darauf gibt es keine 5%. Okay. Ja, cool. Erzähl. Die Hose ist so ein bisschen schicker, finde ich. Hat aber trotzdem... Was ist das für ein Stoff? Ich weiß es nicht genau. Also fühlt sich so ein bisschen stretchy, aber ein bisschen rauer an, ne? Müssen wir mal gucken. Aber ist auf jeden Fall... Bequem. Ja, sehr, sehr bequem. Das Crop Top mache ich auch gerne. Ich ziehe den Trenchcoat gleich nochmal aus. Das hat noch so einen Rückenausschnitt. Mhm. Und der ist sehr, sehr dünn. Also tatsächlich eher was für den Frühling oder so. Für den Herbst schon fast wieder zu kalt. Aber trotzdem richtig gerne. Mag ich richtig gerne. Trotzdem richtig gerne. Voll süß. Ich merke, dass du die Hausschuhe an hast. Okay, ich habe ja auch nochmal Boots an, ne? Sehr, zieh den Trenchcoat gerne mal aus. Oh, jetzt ist mein Mikro da ran. Ah, ja, guck mal. Hören wollen wir dich natürlich. Oh, ich mache es dir fest. Kannst du ruhig ausziehen. So. So. Weg damit. Weg damit. Genau. Und zwar hat das hier hinten so einen Ausschnitt. Ich habe jetzt noch ein Beherr darunter an. Mag ich auch richtig gerne. Eher was für den Sommer oder halt zum Runterziehen. Aber sehr, sehr schön und gemütlich. Sehr cool. Die Hose hattest du die Tage schon mal an. Ja. Das Paket ist ja nicht erst heute angekommen. Hast du sehr schön kombiniert. Also kann man auch ein bisschen feiner tragen. Ja. Also wirklich sehr cool. Mit Schlag unten darf man auch nicht... Genau, aber nicht zu doll, finde ich. Genau, ist noch entspannt. Cool, wenn man auch vielleicht die Boots da drunter noch trägt, dann fällt das so ein bisschen da drüber. Coole Details. Ja. Und welches magst du jetzt am liebsten von den drei? Welches Ausfit? Oder welches Peace? Welches Outfit? Ich glaube, ich finde am geilsten das All Black. Okay. Das hat mich irgendwie am meisten überzeugt. Obwohl die Farbe jetzt mit dem Trenchcoat und so auch richtig schön ist. Aber man hat bei den... Ich fand das All Black war noch hochwertiger. Ja. Welches ist dein Lieblingsoutfit? Das jetzige mit dem Trenchcoat. Weil ich die Hose so gerne mag. Und das Lieblings-Peace von allen? Lieblingsteil? Ich glaube tatsächlich auch die Hose. Auch die Hose. Weil die so bequem ist und man die irgendwie schick, aber trotzdem auch chillig tragen kann. Bequem ist ganz wichtig. Allrounder. Allrounder. Ja. Das war der Fashion Haul mit About You. Denk dran. Fünf Romina in den nächsten 48 Stunden. Ja. Mit Upload dieses Videos. Und habt viel Spaß beim Shoppen. Genießt den Black Friday. Mhm. Ja. Das war's. Und wir gehen jetzt auch shoppen? Wir gehen shoppen. Ciao, ciao.